Stefan hier wieder vom Weekend Warrior Shop, Schrägstrich World of Paintball, beides halt. Wieder mit einem kleinen Video und einer kleinen Erklärung, ein paar First Steps. Da gab es ab und an mal Fragen zu, wie baue ich eigentlich so eine kleine Molle-Tasche an ein Molle-System. Ich habe jetzt hier bei uns aus dem Shop einmal eine Pistolenmagazin-Pouch und einmal ein Molle-Battle-Belt mit zu mir nach Hause gebracht. Lege ich auch wieder zurück. Und will euch einmal zeigen, wie man das anbaut. Falls ihr noch weitere Fragen habt, was wissen möchtet, wie seht ihr ja auch, wir nehmen halt alles an Themen durch, einfach in die Kommentare rein. Schreibt auch bitte rein, wie euch das Video gefallen hat. Gerne verbessern wir uns da immer. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir mal los. So, dann jetzt einmal zu unserem Molle-Video. Ihr seht schon, ich habe hier schon die erste Schlaufe einmal durch den Battle-Belt durchgemacht. Vom Prinzip her läuft das immer so durch. Einmal Battle-Belt, einmal Molle-Tasche, dann wieder Battle-Belt und dann unten wieder Molle-Tasche. Kleiner Tipp da von mir, erstmal für die ganzen ausführlichen Sachen, die es zum Molle-System gibt, haben wir einmal ein ziemlich ausführliches Video von Henna auf unserem Kanal. Das solltet ihr jetzt auch als Link sehen. Und das nächste noch, wenn ihr das ausprobiert und räumt euer Setup ein, einfach einmal so ran machen, unten festmachen, gucken, Gürtel anziehen, wie passt das, habe ich die Tasche da, ist das halt gut, ist das schlecht, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Und erst dann, wenn ihr die finale Position habt, die euch halt gefällt, dann schlauft ihr es komplett an. So wie jetzt, wie ich das hier mache, einmal hier jetzt durch. Jetzt wisst ihr auch gleich, warum ich sage, mach das halt nicht sofort. Muss hier ein bisschen mit Liebe und Gewalt beigehen. So, jetzt habe ich den hier fast durch. Kleiner Tipp, ich mache das manchmal auch, dass ich hier einfach mit einem Kugelschreiber oder irgendeinem anderen Stift helfe, das Ding durchzuschieben. Weil der Sinn und Zweck des Molle-Systems ist ja so wie jetzt, merkt man schon, die Tasche wird fester, jetzt noch einmal hier unten durch. Und dann kommt jetzt der Punkt, wo die Leute häufig nachgefragt haben. Ich habe hier dieses Stück Stoff, aber ich habe gar nicht mehr diesen Clip. Manche von den Taschen kommen ja mit einem Clip, mit so einem Druckknopf, dass man das halt zudrücken kann. Wie mache ich denn das jetzt fest? Dieses hier wird hier einfach so rum, quasi mit hinter die Magazintasche gestopft. Und dann hält das Ding bombenfest. Das ist jetzt ein bisschen geprökelt natürlich, weil da halt die Kangoo-Bändchen mit dran sind. Und ja, aber ich habe es hin. Und jetzt, zack, es ist perfekt verschlossen. Man sieht halt auch noch einmal hier durch. Hier ist es wieder durch die Pouch durch, durch den Belt durch. Und dann einmal noch da rum. Und da wackelt nichts. Da sollte man vielleicht nochmal schauen, wie euch das passt, wie ihr das von der Höhe haben wollt. Häufig reicht auch eine Position durch den Belt. Also halt quasi könnte man das dann vielleicht noch ein Stück höher oder ein Stück tiefer setzen. Da seid ihr ganz offen und frei. Ich habe das zum Beispiel bei manchen Pouches, die ein bisschen größer sind, die habe ich halt nicht mittig angeordnet. Ein Stück weiter runter, wo denn jetzt zum Beispiel Getränke reinkommen oder auch bei dem Abwurfbeutel für die Magazintasche. Entscheidender Punkt, mache ich ihn hier dran fest, mache ich ihn da dran fest. Das ist halt noch ein Stück weiter, was da runter oder hoch hängt, was euch vielleicht beim Laufen stören kann. Oder aber auch, was ein bisschen mehr Stabilität gibt, dass euch die nicht immer gegen den Oberschenkel schlagen beim Laufen. Da müsst ihr halt einfach schauen, probiert da rum. Deswegen halt, wie ich eben schon gesagt habe, einmal ausprobieren, kurz festmachen und dann ist man da gut dabei. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wie schon erwähnt, kommentiert gerne, lasst ein Like da und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen.